Hi guys, what are you doing and how are you? This is my best friend. Hello! And I am in my school. Das ist eine scheiß Schule. Hört ihr das? Das ist ein bisschen laut. Was habt ihr jetzt in der Schule? Also ich habe zwei Stunden... Was für eine Politik? Wir haben AG oder Flip oder wie das da heißt. Foto AG. Was kommt ihr da mit Politik, Alter? Ich dachte, heute wäre Wohntag. Ja, ja. Wie geht's euch so alle? Also ich meine, das ist Tase, ihr wisst ja. Und die... A, B, F, F, I, U, K, I, Angelic. Folgt ihr auf Instagram? Anna... Add-234576. Bitte, ich brauche mehr Leute, wenn ihr Insta habt. Und auf TikTok heißt sie... Rose54739, glaube ich. Okay. Okay. Und ich sag jetzt... Okay, ich sag nichts. Äh... Wenn ihr mir folgt, dann folgt ihr mir. Also... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgt. Also... Ich glaub... Sophia folgt mir. Also du, also keine Ahnung. Also... Sophia folgt mir. Äh... Irgendwas mit 100... Irgendwas mit 50 oder so. Genau. Wenn nicht, dann irgendwas mit 140. Mir ist langweilig. Ein Board. Oh. Sie ist Single. Also Jungs, hier, die braucht eine Freunde. Hallo, da sind keine Jungs. Oh, ich hab auch einen Freund. Ich hab auch einen Freund. Hallo, ihr Arzt. Das hab ich dir schon mal gehört. Hallo, ihr Arzt. Das hab ich dir schon mal gehört. Also, wenn ihr Jungs kennt, die zu mir passt, dann meldet euch unter. Dann sollen sie sich bei dem... oder bei euch melden. Ich hab keine Ahnung. Und wir haben noch ein Ententeich. Soll ich euch das zeigen? Wenn ja, schreibt in der Gruppe ja, dann zeigen wir ihnen das morgen oder sowas nach der Schule. Und ich belachte bei Angelique und dann machen wir auch erstmal eine fette Party mit TikToks und singen ein bisschen Markus und Martinus Lieder, obwohl ich die nicht auswendig kann. Also hilft mir Angelique ein bisschen. Also ciao guys, I love you not. Und wenn ihr morgen Abend Zeit habt, wollt ihr dann mit mir telefonieren. Vielleicht auch Gruppentelefonat oder so. Wenn ja, schreibt einfach mich an. Sei entweder ja oder yes. Keine Ahnung, was ihr dann schreiben wollt. Oder wenn nein, dann halt nein oder no oder keine Ahnung. Und ja, mir ist langweilig. Ich hab voll Angst. Ich weiß zwar nicht warum. Egal. Ich habe eine Frage. Habt ihr auch eine Zahnspange? Das ist eine komische Frage, aber egal. Peace. Peace Leute. Tschüss.